Hallo, ich habe heute ein Outfit of the Day für euch und zwar bin ich noch bei meiner Mama und filme mich gerade im Spiegel. Das ist mein Geburtstagsoutfit, quasi weil Stefan heute Geburtstag hatte. Und ich habe mir ein Kleidchen angezogen. Jetzt ist es natürlich ungünstig, dass ich hier noch die Jacke an habe. Also ich zeige euch mal, wie ich aussehe, wenn ich quasi rausgehe. Also ich habe hier eine Jeansjacke an, die habe ich schon ewig lang. Ich weiß nicht mehr, von woher die ist. Dann das Tuch, ich komme mal so ein bisschen näher. Das hat hier so süße Vögelchen drauf. Das ist von H&M. Dann Schuhe, das sind meine Stiefel. Dann habe ich so eine dünne Strumpfhose an und habe aber da drüber nochmal, ich glaube hier ist es ein bisschen besser mit dem Licht. Und habe hier aber ein bisschen rauszuspuschen. Habe hier drüber nochmal solche langen Strümpfe angezogen, dass es ein bisschen wärmer ist. Aber die gehen nicht ganz bis oben hin. Deswegen sieht man das hier so ein bisschen. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Also hier quasi die Strümpfe und hier dann die Strumpfhose. An Accessoires trage ich das Armband von H&M und was habe ich denn noch für Accessoires? Oh, meine Ohrringe. Meine Ohrringe, die sind aber im Bad. Machen wir mal, das haben wir noch im Bad. Meine Ohrringe, habe ich diese Kreolen, die ich jetzt gerade nicht drin habe. Weil mir gerade die Haare gewaschen wurden und ich eine Haarkur bekommen habe. Das seht ihr dann im Video am Montag auf dem Kanal hier. Jetzt mache ich die nur mal schnell wieder rein. Ich hatte die Haare so zusammen und, oh ja, jetzt wird es Licht. Und hatte hier den Haarreifen noch drin, aber das habe ich jetzt rausgemacht. Und dann zeige ich euch noch mein Kleid. Das ist wie gesagt von H&M, habe ich im Sale gekauft. Das ist ein bisschen schwierig mit der Kamera. So, das Kleid. Gehen wir wieder rüber. Wo ist denn der Lichtschalter? Der Lichtschalter. So, das ist dann das Kleid. Das hat hier als Detail... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es denn? Hier. Das hat hier als Detail noch solche Knöpfe. Ich habe euch das, glaube ich, schon bei meinem Kleidershow-Video gezeigt. Stefan, kannst du mich mal so als Ganzes zeigen? Das Kleid von H&M, das ist so schwarz, geht ungefähr bis etwas oberhalb vom Knie. Da habe ich noch eine dünne Strumpfhose an und damit es ein bisschen wärmer ist, solche langen Strümpfe. Und das hat hier als Detail noch so eine Knopfleiste darunter trage ich, weil das Kleid ist nur so schulterfrei. Da habe ich noch ein schwarzes Longshirt und ein Armband von H&M und da drüber meine Jeansjacke und das Tuch ist ebenfalls von H&M. Und dann habe ich noch meine Kleolen drin und die Stiefelchen. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Das war jetzt ein sehr dramatischer Effekt mit Lichtaus.